So, da sind wir wieder. Wir spielen Futsal, Deutschland gegen die Niederlande, Holland und mehr gibt es nicht zu sagen. Wir fangen an. Ist ja klar, wer gewinnt, ne? Ja, natürlich. Die Deutschen. In dem Fall bin ich das. Und Futsal liegt mir schon wesentlich besser als Panna. Den werden wir ja sehen. Ganz wichtig, bei dem Spielmuss gibt es wirklich Ausecken und auch Fouls. Wobei, was passiert eigentlich, wenn du zu viele machst? Äh, gute Frage. Ich glaube, das habe ich noch nie genug gekriegt. So, erster Ballbesitz, Holland. Nach. Tunnel, sehr gut. Jetzt De Jong. Geht vorbei an einem. Tritt einen um. Na, du? Na, ich gut. So gefällt mir das. Oh. Ja, schieß. Sehr gut. Das ist knapp. Bester Trick ever. Oh, schade. Ja, komm, drin. Oh, frei vom Tor und der Abschlag und aus. Brillant. Aber das ist so brillant. Wie habt ihr den Ball so hochbekommen? Ja, komm. Puh, das war knapp. Ah, von Percy. Ja, und jetzt? Ah, spring durch. Ah, ja. Umarm den Neuer. Der mag dich auch. Ja. Komm. Pressure. Ha. Moa, Moa. Was? Komm. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und? Vorbei. 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 Und? Daneben. Ah, ich hasse das. Ich treffe diese Tore nie. Oh, Ecke. Ja. Nein. Lass es. Stopp. Ja, gut. Und jetzt? Lauf doch. Warum läuft der da oben nicht? Komm da hin. Sehr gut. Lass den Ball anfangen. Perfekt. Das war Absicht. Sehr gut. Ja, warum spiele ich? Das Daily Sunsetzen Keeper hat auch keine Chance mehr. Sehr gut. Oh, oh, oh. Ah, ist das nämlich reingelaufen. Und Snyder. Hat das Tor knapp verfehlt. Ah. Ja, das hat doch nichts. Ja, das war echt unnötig. So, komm, komm, komm. Oh, der war nice. Ach, das war Schweinschweiger. Nicht schlecht. Und das auch noch kurz vor Ende der Halbzeit. So, komm. Vorteil. Was? Es gibt auch noch Vorteil. Oh, die gehen in den Pfosten. Und? Was zur Hölle? Warum? Warum tut man so etwas? Ah, komm schon. Ihr zweiter Hälfte ist echt unfair. Wie geil war das denn? Ja. Ja. Oh, komm schon. Und? Ja, mit dem Kopf. Mit dem Kopf. Warum macht man das mit dem Kopf? Komm. Boah, ich hatte gerade einen Schock bekommen. Ich habe meinen Keeper nicht mehr gesehen. Das ist mir mal bei FIFA passiert. Ja, was war das denn? Plötzlich war einfach der Keeper weg. Nein. Ein Abruf. Das war bei FIFA passiert. Da habe ich hier Abruf gemacht. Halt Kahn. Boah. Das ist ja schon ein etwas älteres FIFA. Und der wirft bis rüber zum anderen Tor. Gegen den Pfosten. Der Ball prallt zurück. Und geht einen Zentimeter neben mein Tor. Was? Dann würde ich sagen, hier Kahn war zu gut, ne? Ja, einfach viel zu stark. Oh, komm schon. Ja, schön aufgefallen. Jetzt reicht es aber langsam. Hallo, 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 hallo. Ja, hallo. Komm, lauf doch. Foul. Nice. Snyder. Kann ich doch noch auf den. Nein, in der Mitte. Na, was war das denn? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, oh. Was? Kein Foul. Ja, blind. Ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe, ich gehe. Hier wäre er sogar noch daneben gewesen. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Sehr gut. Einfach ein Tor vorbei. So, eins noch, eins noch, eins noch. Nein. 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 Warum läuft der da unten nicht? War kein Foul. Nein, braucht nichts. Wo war ein Mude? Er hat sie einfach nur hingelegt. Guck mal, warum läuft der da unten nicht? Mensch. Das soll alles hier alleine machen. Ja, jeder zu. Nein, 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 nein. Alleine. Okay, war nice. Warum versuche ich es überhaupt? Nein. Verdribbelt. Warum laufen wir nicht? Nein. Ah, und dann ist es soweit vor. Ich kenne alle Tricks, aber haben eine Ballkontrolle wie... Ja, schlimm, ne? Komm jetzt, passt durch. Ah, das jetzt nicht machen können. Mann. Nein. 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 Ach, oh, Spieler. Das Spiel ist vorbei. Endmann Auftakt. Ja, schlecht. Ich sag dir, wäre der Freistoß reingegangen, ne? Na ja, was wir machen? Revanche. Ja, auf jeden Fall. Da gab es mir den Freistoß. Das war echt blöd. Das war... Ne. Hallo, aber... Na gut. Die Drehen hat ertönt, ne? Der ist ertönt. Ord'n. Guter Start, guter Start, guter Start. Lass mich durch. Sehr gut. Ja, angeschossen. Na, komm. Bam. Ecke. Warte. Wo sind meine Spieler? Oh, der war gut, der war gut. Der war gut. Und wieder. Nein. Geh doch mal, Schweinsteiger. Ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut, Keeper. Und... Ja, hat der denn mit der Schulter gespielt? Ja. Warum tut man so etwas? Ah, wäre der fast durchgegangen. Ja, sehr guter Pass. Sehr guter Pass. Sehr guter Pass. Vollkommen unnütz, aber guter Pass. Unser Ball, unser Ball, unser Ball, unser Ball, unser Ball, unser Ball. Na, so ein Dreck. Ja. Nein, das war schön. Geh rein. Komm. Nein. Nein. Ich bin verwirrt. Ja. Ah, gut. Sehr gut. Oh, und zwei hin vorbei und... Prost. Uh, oh. Oh, ich denke, wie man jetzt den Ball noch bekommt, warum bewegst du dich? spieler warum wunderbar und gehalten nein langsam wird es aber eigentlich für dich ja ich sehe eigentlich dein tor selten und jetzt robben oder war göttlich einfach stehen bleiben ins ausgedrömmelt boah ja ich glaube ich muss schon im tor drin stehen damit die reingehen ja sehr gut das sind durch warum schießt ihr mit links wie gibt es das denn kommt schon so eine schöne kombination ja ja krass 0 0 aber haben ja noch eine andere hälfte zeit so guck mal jetzt hier als anstoß zack er ist da vorbei zweiter vorbei und am torwart scheitert was zur hölle machst du gar nein nein block die mitte block die mitte der kommt nicht an dir vorbei scheiße jetzt aber nicht und hier ist einfach sonst kann er nichts festhalten weiß aber aus dem halben meter ja rum mit links ist ja nichts wo weiß zwar meinen rüber aber keeper warum gehst du raus keeper dass wir dumm und es gibt ja echt sowas das habe ich ja noch nie gehabt ich weiß gar nicht wie zielen muss ich weiß gleich wie ich springe ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen das ist das irgendwie ich weiß gar nicht dass das funktioniert krass krass nein 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 ja sehr gut geht er weg das war gut aber keeper ja 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 nein nein Nein. Auf der Leyen vorbei. Kannste mal treffen. Komm. Endlich. Krass. Gibt den Kopf auch noch. Aber der scheint ja auch komplett frei. Also hätte er den nicht gemacht, ne? Oh, neue Folge. Ich hab einen Lauf. Nein, gibt's das denn? Oh, da sehen wir ja hier. Ich trete die Luft, weil ich die Luft nicht mag. Na, komm. Nein, kommst du nicht vorbei. Na, scheiße. Ja, Verlängerung. Und, komm, der Keeper ist. Nein, nein. 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 Komm, lass die nicht einfach auf der Linie stehen. Das wäre viel einfacher. Jo. Nein, 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 nein. Oh, ja, das war alles geplant hier. Boah, komm, das war so gut. Und dann... Ja, komm. Last Minute Goal. Ja, du legst dich einfach in den Weg. Das funktioniert auch noch. Taktisches Foul. Boah. Ins Gesicht. Boah. 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 Ja, sehr schön, ganz frei Wie ich sagen, 1-1 steht es hier Letztes Spiel entscheidet Nein Aber egal, wir kommen ja nicht so weit zurück Dann drücken wir hier jetzt einfach auf Start Sehr gut Beide wollten direkt weiter spielen So, ja, schön, Tricks, die beide nicht können Ja, flip-flop gar nicht Denkst du? Der ist nicht schwer Mal vor und zurück, ne? Oder rücken So, Keeper, sehr gut Ja, 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 nein, ja, nein Und Keeper Oh, mit dem Bein Und jetzt Das war ein Faul Das war ein Faul Hier, geh auch noch die Mauer, geh auch noch die Mauer Sehr schön Nein, scheiße, der war schön Aber ich spiele das hier eher wie Fifa und nicht wie Fifa's Sweet Immer schön mit Pässen arbeiten und so und nicht so die ganze Zeit tricksen Ja, kein Gegner da, mach einfach einen Trick Ja, kein Gegner da, mach einfach einen Trick Sehr gut Pass, pass, pass und vorbeigehen Alter, prallt der genau zu dir Oh, ein guter Fischengang von Schweinsteiger Und perfekte Flanke So dass Neue herauskommt Ah, komm, das ist meiner Das ist meiner Da ist ja Mitte, 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 hier Wow, hier bitte Vorlage Warum läuft der da oben nicht? War das geplant von dir, oder? Ja Ah, der Gedanke war schön Der Gedanke war eigentlich wieder ein Knirrpass, aber Ich weiß ja Na, komm, komm, komm Oh, komm Oh Ah Sehr geil, ey, ey Oh Und Oh Ja Oh Pfosten Komm, 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 komm Thomas Nein, hält er den auch noch Ja Ja, komm Warum Rammt Komm, kein Druck aufbauen Nein Ja Nein Ja, stelle ich an, wenn das Tor fällt, zieht das auch Nein Warum nicht den so weit Die Reaktionen sind hier richtig übertrieben von den Keepern Und 1-0 Erste Halbzeit Ja, jetzt muss ich Gas geben Shit Du darfst meinen Modus nicht gewinnen Ja 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 Komm Nimm die Ball ab Geh auf Ja 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 Schade, Schade, Steklinburg, weitermachen Foul Ja, das war rote Karte, rote Karte Das war rote Karte Ja 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 Und Ah, wunderbar Daneben Boah Er hatte alle Zeit der Welt 1-1 Ne Geh doch hin Geh doch hin Nein Warum gib mir den Ball Niemals Oh, der war gut, der passt einfach ziemlich gut Das war nicht schlecht Typische Alarmaktion Ja Typischer Verteidiger, ne Und da oben ist frei Da oben Nein Warum Warum tut ihr das Hört auf damit Stop Nein Lass sie nicht durch Yes Yes Na Özil Das war noch mein Ball Komm Komm Ah Sehr gut Schön Aus der Drehung direkt 1,2 Noch 1 Minute hab ich noch Das kann funktionieren Ach Mann Nein, nein, nein Ja Nein Ja Erblieben Mach sie gemütlich Na, er ist nett Zum Ball Ja Ja Immer passt, aber egal Gut reingegangen Und jetzt Wunderbar Verdammt Alles nicht gewollt Das war unglaublich schön Alles nicht gewollt, aber Ja, Ausgleich Ja Nein Ja, Robin Robin Boah Gewaltschuss Das bringt sie nicht So Nein Da blockt er den auch noch den Trick Nein Robin Kann ich schon schneller sein Der sollte eigentlich da hinten den erwischen Oh, drüber gelobt Und Gibt's doch nicht Nein, da ist ja gar keiner Boah Wie lange Kommt Und Oh, oh Der zählt eh nicht Ja 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 Meiner Drecksack Wunderbar Was ein Finish Was ein Finish Unglaublich Komm, du hast eine Sekunde Zeit Ja Wie gut Sieh, guck's dir an 3 zu 4 Ah Wunderbar Ich mach jetzt keine Apo Trotz Naja Wir sehen uns gleich wieder Wir haben noch 2 GameModi offen Bis dann Ciao Ciao Bis dann